Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 6. Oktober 2017? Vollmond ist vorbei, hat die abnehmende Mondphase begonnen. Mond bewegt sich immer noch in der Kreiszeichnung wieder. Mond hat eine Verbindung zum Baten-Kaitos. Baten-Kaitos ist ein Stern im Sternbild Walfisch und sagt uns aus, es kommen Einflüsse von außen und jemand versucht uns etwas vorschreiben oder auf uns etwas erzwingen und da sollen wir ein klares Nein dazu sagen. Die Scheinbewegung, die Sonne, befindet sich in der Kreiszeichnung Waage und steht in Verbindung im Sternbild Rabe. Und dieses Sternbild Rabe zeigt uns, es sind Lügen und Täuschungen. Und da sollen wir achtsam sein und die Sonnenenergie vermittelt uns, da brauchen wir Klarheit. Das bedeutet mit anderen Worten eine Nachricht oder Informationen, was wir genau überprüfen sollen und nachdenken, ist es die Wahrheit, will jemand uns etwas vortäuschen, also die Informationen überprüfen. Unsere Planet Erde bewegt sich in der Kreiszeichnung wieder und steht in Verbindung mit Stern Alp Harats. Dieser Stern Alp Harats befindet sich im Sternbild Andromeda. Andromeda ist die schöne Königstochter und wurde gefesselt, bis dann Perseus Andromeda befreit hat. Das war die Befreiung. Und dieser Stern Alp Harats bedeutet, diese Befreiung ist die Erfolg. Und dieser Erfolg oder Befreien von etwas, das wirkt auf unserem Planet Erde. Und wie trifft die kosmische Energie die einzelnen Tierkreis zeichnen? Tierkreis zeichnen wieder. Wichtiges Thema ist Liebe, Partnerschaft, aber auch die Arbeit. Es sind Veränderungen da. Auch unerwartete Ereignisse, Umbrüche und diese Veränderungen, aber sind noch Hindernisse im Weg. Und man sollte diese Hindernisse aufräumen. Das bedeutet, trennen von etwas oder etwas kündigen, von etwas verabschieden. Kann auch unseren Gefühlen bedeuten, wie Ängste und davon sollen wir befreien. Und das ist auch die Geschichte von Andromeda. Erst dann kann ein Neuanfang kommen. Es sind sehr wichtig, hat ein Pluto-Einfluss dazu, aber es ist nicht einfach, das zu bewältigen. Ist aber notwendig. Dann erst kann etwas Neues entstehen. Die Tierkreis zeichnen Stiergeborenen sollen hier und jetzt sein, weil da liegt die Ruhe und da liegt die Kraft. Das bedeutet nicht mit der Vergangenheit auseinandersetzen und auch nicht viel planen, was die Zukunft betrifft, sondern die Augenblicke, Situation erfassen. Da sind die Möglichkeiten, da sind die Chancen, da liegt die Ruhe und auch das Glück. In den kommenden Tagen wird aktiv sein und wichtiges Thema ist bei Stiergeborenen auch die Liebe Partnerschaft und es bringen die Stiergeborenen gerade in Ordnung. Die Tierkreis zeichnen Zwillingsgeborenen, haben neue Ideen. Sie stehen auch vor Veränderungen. Es ist eine Wandlung. Das kann auch bedeuten, dass ihre Einstellung ändert oder ihre Persönlichkeit ändert sich oder die Umstände werden verändert. Und heute ist eine positive Bewegung, also das bringt voran gerade die Zwillingsgeborenen. Eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten, wo sie darauf achten sollen. Die Zwillingsgeborenen fühlen sich zurzeit kraftlos, also überlegen, wo setzen sie ihren Kraft ein. Wenn das zu viel ist, kann das zu einer Stresssituation führen und dann verlieren die Zwillingsgeborenen die Gleichgewicht. Die Tierkreis zeichnen Krebsgeborenen sind Hindernisse, Nervosität und Spannung im Augenblick. Ein bisschen Geduld noch in den kommenden Tagen beruhigt sich das alles. Ein wichtiges Thema ist Liebe Partnerschaft. Es kommt auch alles in Ordnung. Aber ein beruflicher Aufstieg ist auch zu erwarten. Vielleicht nicht das heutige Tag, aber in den kommenden Tagen verbessert sich das alles. Auf dem Gesprächen achten, das kann eventuell unangenehm sein, kann auch bedeuten, dass die Krebsgeborenen warten auf einen Nachricht oder auf einen Termin oder einen Vertrag. Und es kommt noch nicht und es bedrückt die Krebsgeborenen. Die Tierkreis zeichnen Löwengeborenen können mit guten Gesprächen, mit einer wichtigen Nachricht rechnen. Und es ist auch ein Neuanfang, besonders in beruflichen Situationen. Und da haben die Löwengeborenen den Mut und auch die Kraft und auch die Chancen. Die Tierkreis zeichnen Jungfraugeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher, was die Liebe Partnerschaft, aber auch was die Freundschaften betrifft. Und sie sollen überlegen, woher kommt diese Unsicherheit. Die Tierkreis zeichnen Wagengeborenen haben gerade die Klarheit. Und es ist wichtig, sehr wichtig sogar, dass sie auf ihren Vorhaben bleiben, auf ihren Meinung bleiben und das vertreten. Weil die Einflüsse von außen verunsichert die Wagengeborenen und führt es zu Täuschungen oder auf eine falsche Idee oder auf einen falschen Weg. Die Wagengeborenen brauchen gerade die Gleichgewichte und sie sollen überlegen, sollen sie aktiv sein oder eher zurückhalten, passiv verhalten. Das muss ein bisschen abwägen in dem heutigen Tag. Die Tierkreis zeichnen Skorpiongeborenen ist wichtig, die Selbstdarstellung und es nähert sich auch die Glück und es wird auch etwas widerspiegelt im Leben. Die Skorpiongeborenen bekommen mehr Klarheit und mehr Orientierung und die Skorpiongeborenen haben gerade eine ganz, ganz tolle Ausstrahlung und sie zeigen gerade Kraft und Mut. Die Tierkreis zeichnen Schützengeborenen sind ein bisschen eingeschränkt, was die Liebepartnerschaft betrifft, fühlen sie sich auch kraftlos. Trotzdem haben sie Möglichkeiten und Chancen und das ist die berufliche Situation oder die finanzielle Lage. Und in diesem Lebensbereich haben die Schützengeborenen gerade Glück und sie werden mit Werten auseinandersetzen, eigenen Selbstwertgefühl, aber auch um die Finanzen. Das ist die wichtige Thema gerade. Die Tierkreis zeichnen Steinbock geboren, ist eine gewisse Spannung da. Hier ist auch wichtig, so ähnlich wie bei Wiedergeborenen ein Neuanfang, aber vorher aufräumen, loslassen, trennen, kündigen. Und das ist nicht einfach und da entsteht eine gewisse Spannung oder Unsicherheit bei der Steinbockgebore. Kommt aber eine langsame Bewegung und verbessert sich die Situation. Sie werden diese Hindernisse bewältigen und beginnt etwas Neues. Eine kleine Reise oder ein Besuch ist wichtig, gerade bei der Steinbockgeborenen hat eine Bedeutung. Die Tierkreis zeichnen Wassermann geboren, ist alles gut. Sie haben eine tolle Energie in allen Lebensbereichen, auch Liebe, Partnerschaft, auch beruflich, auch finanziell. Sie sollen auch die Gleichgewicht halten, aktiv, passiv und auch die Kraft richtig einsetzen. Wenn das zu viel ist, dann neigen dazu, dass das doch eine Stresssituation entsteht. Also brauchen sie auch die Ruhe und das sollen sie beherzigen, die Wassermanngeborenen. Die Tierkreis zeichnen Fischengeborenen, sollen an sich selbst vertrauen und nicht die anderen, weil das kann zu Enttäuschungen fühlen. Und sie sollen auch auf den Informationenhöhen, genau überprüfen, was sagt es aus, ist es die Wahrheit, ist es eine Enttäuschung und in ihren Meinung vertreten, was daran liegt, die Wahrheit. Diese tägliche kosmische Energie beeinflusst unserem Leben. Jeden Tag haben wir ein anderes Energiefeld, sogar jede Stunde, jede Minute ist einzigartig. So wie jeder Mensch ist einzigartig und jede Geburt ist einzigartig. Also wenn man jemanden das genau wissen möchte, das kann ich natürlich maßgeschnitten berechnen. Dann möchte ich noch die Blitzberatung empfehlen, wenn das um eine Entscheidung geht oder Alltags, was die Fragen, was den Alltag betrifft. Wie zum Beispiel, kommt er wieder zurück oder sehe ich in den kommenden Tagen oder denkt er an mich, liebt er mich noch oder kann ich meiner Freundin vertrauen, soll ich in diesem Arbeitsplatz bleiben, soll ich eine Reise machen oder kommt etwas Neues beruflich und, und, und. Es sind viele Fragen, was unser Leben stellt und oft sind das auch Entscheidungsschwierigkeiten oder braucht man einen guten Rat und es ist auch wirklich Gold wert. Und diese Fragen kann ich auch schnell beantworten. Da braucht man keine ausführliche Beratung oder eine Analyse, sondern das sind die Blitzberatungen und das können wir auch natürlich schriftlich machen. Sie schreiben ein E-Mail, stellen Sie Ihre Frage und pro Frage kostet 10 Euro. Ich beantworte diese Fragen natürlich persönlich blitzschnell. Dazu bitte die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort dazu schreiben. Und ich habe schon gesagt, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen.